Gibt es hier Menschen, denen Fußball total egal ist oder die vielleicht sogar vom drohenden EM-Hype genervt sind? Ich freue mich auf entspannte Zeit im Supermarkt während der Deutschlandspiele. Eine bessere Zeit zum Einkaufen gibt es nicht. Kino zu dem Zeitpunkt ist auch super entspannt. Das eigentliche Event interessiert mich null. Ich liebe es aber während der Deutschlandspiele in Ruhe Dinge zu unternehmen. Viele Orte sind dann so schön leer. Sehenswürdigkeiten, Schwimmbad, Kino oder sowas. Vor 20 Jahren hat es mich noch interessiert. Mittlerweile ist mir meine knappe Zeit zu kostbar um Millionären beim Sport zuzuschauen. Genervt bin ich nur davon, dass so viele öffentliche Gelder für den Profifußball rausgeschmissen werden, die anderswo, zum Beispiel im Amateursport deutlich sinnvoller genutzt werden könnten. Ansonsten freue ich mich auf leere Straßen und Supermärkte während der Spiele. Mir ist einerseits Fußball extrem egal, andererseits gönne ich allen Fans eine schöne EM im eigenen Land. Alles andere wäre hört gefälligst auf, Spaß zu haben. Generell ist mir Fußball egal, Bundesliga interessiert mich nicht die Bohne. Aber bei EM oder WM werde ich dann doch irgendwie mit reingezogen.